Kräuter gesammelt für Weihnachten für die Gans. Ich habe da mal eine Sachfrage. Wann ist denn ein Bach im Fluss? Aha, dieser Bach wird zum Zufluss. Ach, wieso? Das musst du aber begründen jetzt. Ja, der fließt jetzt in die große 19 Heiner Talsperre, wo der Bach zum Fluss, zum Zufluss. Ach so läuft das. So fließt das. Es läuft und fließt. Es ist sehr interessant. Glück auf!